Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KBBL Radio mit mir, Ivo und meinem, ja sagen wir, Co-Moderator, Marc. Hi. Ja, letzte Folge 2021 heute, KBBL Radio. Wahnsinn. Verrückt? Echt verrückt. Haben wir dieses Jahr angefangen? Nee, ich glaube letztes Jahr. Nee, letztes Jahr schon, war ja das zweite Halloween-Special. Tatsächlich, hast recht. Ja, ein weiteres Jahr geht zu Ende. Das war ein Ereignis. Wir hoffen, ihr hattet trotz alledem, was so vorfällt, ein gutes Jahr, den Umständen entsprechend und wir hoffen, wir hatten da auch einen Teil dran, dass es ja gut war. Ja, hoffentlich. Was haben wir denn heute für eine Folge im Petto? Wir haben heute mal wieder eine klassische Tingle Tangle Bob Folge. Und zwar Staffel 6, Folge 5. Das ist, glaube ich, direkt das Follow-up zu dieser Cup der Angst-Folge, die wir ganz am Anfang mal hatten. Und ja, das ist, glaube ich, einfach die direkte Nachfolger Tingle Tangle Bob Folge. Ja, die Folge heißt auch Tingle Tangle Bob. Also da weiß man genau, wo man dran ist. Und der Folgenwunsch diesmal kam von Fritz. Vielen Dank, Fritz. Und wir haben noch nicht das Quiz vergessen. Da kommt noch was. Ja. Auch nochmal der Appell hier in der Folge. Wir haben es, glaube ich, schon mal auf Instagram gepostet. Wenn ihr Ideen habt, was man im Simpsons-Quiz fragen könnte, schreibt mir das privat. Ja. Also wichtig, nicht an den KBBL Radio, weil sonst liest das Ivo und dann ist es witzlos. Das ist schlecht. Deswegen schreibt das mir, Freigeist, F-R-A-Y-G-E-Y-S-T und dann kommt das ins Quiz, wenn es cool ist. Und dann folgt ihm auch noch gerade, wenn ihr schon dabei seid. Da kommt nicht viel Input, also braucht ihr nicht unbedingt, aber könnt ihr trotzdem gerne machen. Gut. Kommen wir zur Folge heute. Ja. Das Intro hat mich sehr erschrocken. Ja, mich auch. Ich war wirklich geschockt. Wir haben ja oft drüber geredet, dass in den neuen Folgen oft so schlechte Intros sind, in dem Sinne, dass die Konventionen gebrochen werden. Und wir haben das dann so als neues Problem dargestellt. Aber es stellt sich raus, in dieser Folge ist das auch so. Es kommt der Simpsons-Schriftzug und dann wird direkt auf den schon laufenden Fernseher geblendet. Also kein Tafel-Gag, kein Couch-Gag, nichts. Das ist echt erschreckend. Ja, das war sehr seltsam. Also es hat mich auch... Ich dachte erst, ich hätte da irgendwie auf Intro überspringen gedrückt. Ja. Aber da habe ich nochmal zurückgeskippt und da habe ich auch gesehen, es sind erst zwölf Sekunden oder so. Also ich habe da nichts verpasst. Das war sehr seltsam. Das wirkt auch echt komisch. Aber es geht direkt mit einem Intro weiter. Und zwar mit unserem Intro. Nämlich mit dem KBBL-Radio-Jingle, den man glaube ich auch nur in dieser Folge hört. Und ja, der eigentlich ziemlich negativ ist, weil in dem Jingle halt gesagt wird, ja, hier gibt es keinen Sport, keinen Rock und nur sinnloses Geschwätz. Und das finde ich echt beleidigend, ehrlich gesagt. Ich finde es sehr zutreffend. Ich finde es sehr schön. Ich glaube, in jedem Folgenwünsche... Also Fritz hat ja wirklich schon sehr viele Folgenwünsche. Und ich glaube, in jedem kam KBBL-Radio irgendwie vor. Das stimmt, aber das ist auch gut. Ja, das macht er super. Ja, und diesmal sogar mit einem tollen Jingle. Genau. Und wir sehen auch, wer das Radio hört. Nämlich Homer im Kraftwerk, der wieder mal nichts arbeitet, sondern Donuts isst. Und im Radio läuft gerade Bertschi Barlow, der auch nur in dieser Folge einen großen Auftritt hat. Wir haben gerade mal nochmal nachgeguckt. Der kommt sonst nur in zwei Comics nochmal größer vor. Ansonsten immer nur irgendwie im Hintergrund oder sein Name steht irgendwo auf einer Liste. Oder er hat auch, er läuft mal durchs Bild oder so. Mehr sehen wir nicht mehr von ihm, wie in dieser Folge. Und ja, er ist hier scheinbar ein Polit-Radio-Programm, das er da immer führt. Wöchentlich, täglich, keine Ahnung. Und er ist auch sehr kontrovers, was er da sagt. Das gefällt auch Marge nicht, wie wir gleich noch sehen. Aber er nennt drei Sachen, die nicht aus Springfield wegzudenken sind oder die man nicht wegbekommt aus der Stadt. Nämlich die Fledermäuse in der Leihbibliothek, den Komposthaufen von Mrs. Fearley und Bürgermeister Quimby, über den er gar kein gutes Wort zu sagen hat. Ja, genau so wie ich. Ganz schrecklicher Typ. Ja, aber Homer hört sich das Ganze trotzdem an, irgendwie auch wegen dem, also nicht wegen dem ganzen Hass, sondern trotzdem ganzen Hass, weil er, eigentlich interessieren ihn politische Sachen nicht so. Und er denkt, dass alle, die wählen gehen, weichen der Rübe sind, aber der findet auch, dass es mal auf den Tisch gehauen werden muss. Und da hört er sich gerne diese sehr republikanische, eher rechtsgerichtete Radiosendung an. Und da zu Hause wird die auch gehört, weil Lisa ein Schulprojekt darüber machen muss. Genauso wie Bart, der hat auch ein Schulprojekt und zwar mit Feuerwerkskörpern. Das glaubt Maji ihm aber nicht und endet, sie macht dann einfach Wasser drauf, wodurch die dann nicht mehr funktionieren. Und dann steht der am Ende da in der Schule und soll irgendwie ein Feuerwerk machen für die chinesischen Direktoren, die an der Schule zu Besuch waren und er muss alle enttäuschen. Ja, vor der ganzen Schule. Und er bekommt nur sechs dafür. Aber er hat es auch wirklich nicht so gut rübergebracht, dass das wirklich ein Schulprojekt ist. Also da war es seine Schuld auch zum Teil. Genau. Homer und Lisa sehen wir dann, wie sie irgendwo hinfahren. Wurde da genannt, wo sie hinfahren? Ich glaube nicht. Die sitzen einfach im Auto und fahren relativ lange auch, weil sie machen auch einen Fahrerwechsel. Also Homer hört da wieder seinen Birgie Barlow, den Lisa gar nicht cool findet, obwohl sie ihn für das Schulprojekt braucht. Das ist aber scheinbar rum dann. Und Homer darf dann oder sagt ihr, sie darf mal den Radiosender wählen, sobald sie gelernt hat zu fahren. Und da ist eben dieser Fahrerwechsel, den ich angesprochen habe, sie fährt dann einfach und hört Musik. Was auch sehr seltsam ist, weil sie ist acht. Aber sie kann gut fahren, deswegen darf sie auch mal ran. Und dann fährt Homer wieder und dann hören sie wieder Barlow. Aber ich glaube, die Kinder fahren relativ oft Auto. Es gibt, ich erinnere mich auf irgendeine Szene, wo Lisas Steuer dann übernimmt, weil Homer irgendwie Schwachsinn macht. Oder wo Bar das Auto fahren muss. Also die sind da geschult drin. Genau, jedenfalls empfängt Barlow einen Anrufer und dessen Stimme kommt einem sehr bekannt vor. Denn es ist niemand Geringeres als Tingle Tangle Bob. Und in dieser ersten Szene erfahren wir auch nicht, wo er jetzt ist oder was. Sondern er spricht da einfach nur und Lisa erkennt seine Stimme. Und Homer tut auch so, als würde er wissen, wer Tingle Tangle Bob ist. Aber er hat offensichtlich vergessen, wer da der versuchte Mörder seines Sohnes ist. Und deswegen erhalten wir einen Rückblick über zwei von seinen Auftritten. Den ersten und den zweiten. Nämlich damals in der ersten Folge, wo wir schon drüber gesprochen haben. Wo er versucht hat, Krusty den Überfall im Quikimart anzuhängen. Und wo dann erst die Rache entstanden ist. Und dann auch noch der zweite Auftritt, wo er versucht hat, wo er Selma geheiratet hat. Und dann versucht hat, sie umzubringen. Irgendwie für ihr Geld, weil sie geerbt hat, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was da der Gameplan war. Ja, aber dann kommt was ganz Seltsames. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Im Deutschen habe ich es verstanden. Im Englischen habe ich es gar nicht verstanden. Homer weiß dann nämlich jetzt, wer Tingle Tangle Bob ist, nach dieser Selma-Geschichte. Und im Englischen sagt er, oh, sei Joe Bob. Also er betont dieses Show in sei Joe Bob. Und im Deutschen sagt er, ah, Tingle Tantel Bob. Weil es die Tante Selma ist. Ja. Aber hast du das andere, das Original verstanden? Nee, keine Ahnung. Weiß nicht. Komisch. Lisa erzählt es jetzt Bart, dass da sein Todfeind im Internet, im Radio zu hören ist. Im Internet hat das noch nicht zu denken. Radio zu hören ist. Bart macht das Radio an. Und Doktor Demento wird angekündigt. Was wohl auch der zweite Todfeind von Bart ist. Und er schreit und wirft das Radio aus dem Fenster. Aber Lisa klärt ihn auf, dass sein anderer Todfeind gemeint ist. Und Tingle Tangle Bob im Radio ist. Ja. Und ja, von da an hört er sich auch irgendwie diese Radiosendung auch in der Schule an. Und so. Und heimlich mit Kopfhörern. Da ist mir auch nochmal was aufgefallen, was mir oft schon auffällt. So bei der deutschen Übersetzung. Dass die nämlich oft so die Umstände viel besser anpassen als in der englischen Version. Irgendwie in der englischen Version ist es immer so, klingt irgendwie immer alles gleich. Aber in der deutschen passen sie es dann so an. Zum Beispiel, wenn sie in der Kirche sind, kommt irgendwie mehr Schall, mehr so Hall auf die Tonspur und so. Und hier auch hört man es dann wirklich so, als würde man es von außen durch die Kopfhörer hören. Das finde ich irgendwie immer interessant. Und jedenfalls erzählt er auch dann, seit schon Bob, dass er im Gefängnis ist. Ja, man sieht auch, wie es da abgeht. Ja. Also es fliegen brennende Matratzen durch die Gegend und so. Und er wird auch ein paar Mal fast angeworfen. Aber, ja, er stellt sich als Opfer hin. Er hätte seine Taten nicht getan. Die er aber getan hat. Und, ja, nachgewiesen bekommen hat. Aber Barlow glaubt ihm das direkt und plädiert im Radio dafür, dass sich alle dafür einsetzen, dass Bob schnellstmöglich freigelassen wird. Weil er unschuldig ist, so wie er es sagt. Ja, ohne Gründe. Ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass auch Bob so irgendwelche Parolen halt die ganze Zeit raushaut, die Barlow ziemlich in seiner Meinung entsprechen. Und er dann denkt, ja, der ist bestimmt ein ehrenhafter Typ. Und er schafft es dann, die Menge aufzustacheln. Moe fängt schon an, Granaten zu verteilen. Und sammelt sie dann wieder ein, weil Barney ihm sagt, das soll bestimmt ein friedlicher Aufstand sein. Und deswegen gehen Proteste los. Und auf Quimby wird Druck ausgeübt. Und der hält diesen Druck natürlich, weil er ist, wer er ist, nicht lange statt. Er hält dem nicht lange entgegen und lässt sofort Sideshow Bob frei. Ja. Der ist auf einem, also dieses Gefängnis, das man da sieht, ist auf einem Felsvorsprung. Und Bob läuft einfach geradeaus und fällt ins Wasser, weil er nicht sieht, dass da unten ein Boot ist. Also das zieht sich ja auch durch Tingle Tangle Bob immer durch diese Slapstick-Jokes, die er wahrscheinlich auch aus seiner Clown-Zeit gewohnt ist. Ja, muss in der Tingle Tangle Bob-Folge natürlich nicht drin sein. Überraschend, dass keine Hake drin war, auf die er getreten ist. Ja, das stimmt. Und wir sehen dann auch das Republikaner Hauptquartier, das kennen wir ja schon. Also diese düstere Burg, sage ich jetzt mal, auf einem Felsvorsprung, wo nur ein dünner Weg hinführt. Und ab kahle Bäume davor stehen, ein Rabe ist davor, auf einem Baum zu sitzen. Also es ist alles sehr gruselig. Es sind auch sehr gruselige Sounds eingebunden. Es ist auch immer dunkel, wenn man das sieht und es blitzt. Sicher. Aber heute sehen wir ein paar neue Gesichter am Republikanertisch, glaube ich. Ja. Denn wir sehen so einen alten, schrulligen Vampir. Wolfcastle ist, glaube ich, immer dabei. Mhm. Oder oft. Dann ist Barlow natürlich dabei heute. Burns, der immer dabei ist. Und Smithers, der aber diesmal nicht am Tisch sitzen darf, sondern nur als Lakai dient. Der Reich dexaner ist wie immer dabei. Und ich glaube, Hibbert hat man da auch schon mal gesehen. Aber der blauhaarige Anwalt ist, glaube ich, neu. Ja, das ist auch gut möglich. Ich fand schon immer, dass Hibbert irgendwie komisch, nicht so in diese böse Gruppe reinpasst, so wirklich. Ja, aber der ist, glaube ich, öfters dabei. Ja, ja, der ist schon öfters dabei. Der hat man schon mal gesehen. Ich habe immer gedacht, der ist doch eigentlich einer von den Netten. Ja, nee. Aber er ist einfach so ein Republikaner, wie jeder weiß, die, die puren Bösen sind einfach. Genau wie Fox. Genau. Er hat aber auch so diverse verschollene Brüder. Also, wer weiß, was da in seiner Jugend passiert ist. Stimmt. Zwie wichtig. Die Republikaner haben den Job heute, nach ihren komischen Parolen, die sie hin und her werfen, dass sie einen Anwärter für einen Bürgermeister brauchen, was auch in Springfield ein Riesending ist, der Bürgermeister. Also, diese Wahl, die sehen wir später auch noch ein paar Mal. Die ist fast schon wie die Präsidentschaftswahl da gefühlt in der Stadt. Und, ja, Barlow sagt, der Kandidat, den er vorschlägt, der steht vor der Tür und da steht dann direkt ein Wasserspenderpress dran, was auch sehr seltsam ist. Aber aus einer anderen Tür kommt dann eben Bob rein, der ist ja alle direkt überzeugt. Genau. Er hat auch eine Amerika-Flagge umgehängt. Also, da kriegt man die natürlich mit. Ja. Und da geht es dann eigentlich auch schon los, dass dieser Wahlkampf ausbricht zwischen Quimby und Bob. Also, es gibt keine anderen Anwärter. Wir wussten auch, glaube ich, nicht, dass Quimby... Ist Quimby nicht manchmal auch bei den Republikanern dabei gewesen schon? Gut möglich. Aber in dieser Folge ist er auf jeden Fall liberal. Ja. Bin ich mir aber jetzt auch unsicher. Der wechselt bestimmt immer so die Seiten, wie es ihm gerade passt. Und jedenfalls gibt es zwei Schauplätze, mehr oder weniger, die wir sehen in diesem Wahlkampf. Zum einen die Alten und einmal die Kinder. Also, ich weiß nicht, ob das die großen Zielgruppen sind, die man jetzt anspricht im Wahlkampf. Die Alten schon, klar. Aber die Kinder. Weiß nicht, warum man in eine Grundschule gehen sollte, wenn man eine Wahl gewinnen will. Und ihre Eltern überzeugen. Jedenfalls ist Quimby bei den Alten und verspricht ihnen, einen Highway nach Matlock zu benennen. Ich glaube, das ist eine Serie. Ja. Da sind so alle sich einig, dass sie das wollen. Und die Kinder, da ist eben Bob wieder auch in seinen Clowns-Kunststücken zurück. Also, er macht da Flickflacks und zieht sich so ganz eng in seinen Anzug rein und überzeugt die so halt einfach, weil es Kinder sind und er witzig ist. Ja, und die Kinder fangen natürlich alle an zu lachen, weil Kinder mögen Slapstick. Und ja, das können Bart und Lisa natürlich nicht mehr ansehen, weil dadurch steigen natürlich Tingle Tanglebobs Chancen, Bürgermeister zu werden. Deswegen müssen sie jetzt ein bisschen Quimby pushen. Deswegen springen sie einfach so auf ihn und er ist auch zuerst sehr geschockt und will sie eigentlich eher weg haben. Aber als das dann die Presse darauf aufmerksam wird, behaupten so Bart und Lisa, dass er gerade gesagt hat, dass Kinder das Wichtigste sind. Und er spielt dann natürlich mit und sie versuchen dann so, ihn als guten Mann dastehen zu lassen. Aber da wird Bart direkt von den Schergen der Republikaner in Tingle Tanglebobs Stretchlimo gezogen. Und er bekommt dann gesagt, dass er sich nicht einmischen soll in den ganzen Wahlkampf, weil noch nie ein Kind sich bei den Republikanern eingemischt hat und es überlebt hat, wird dann auch noch gesagt. Und dann wird ihm so ein Button angehängt, wo drauf steht, dass man Tingle Tanglebobs wählen sollte. Und dann wird er vor seinem Haus rausgeschmissen. Ja, dann kommt ein anderes Auto noch vorbei und da wird Homer rausgeworfen und diese vier anders gezeichneten Zeichentrickfiguren sagen, er soll nie wieder nach Riverdale kommen. Und da gibt es ja auch jetzt mittlerweile eine neue Netflix-Serie. Gab es das als Comic früher? Ja, ja, das sind die Archie-Comics. Ich glaube, die sind ziemlich alt. Okay, das behandelt auch dann in Riverdale auch die richtige Story wie in der Serie. Keine Ahnung, ich kenne weder die Serie noch die Comics, also von daher. Ja, ich auch nicht. Aber fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne Random-Szene einfach, die auch danach nicht mehr thematisiert wird. Doch, willst du nochmal? Ja, einmal, am Ende war die Sommer noch ein Archie-Comic, aber es ist einfach dann vorbei. Ja, Bart und Lisa machen dann auch Wahlkampf für Quimby weiterhin, trotz dieser indirekten, oder ziemlich direkten Morddrohung. Und sie verteilen Stoßstangenaufkleber, die sich Jimbo und die Wildis holen, um Milhouse komplett einzukleben und ihn in einem Einkaufswagen einen steilen Berg runterzuschießen. Ja. Wo Jimbo ihn aus irgendeinem Grund, äh, Bart aus irgendeinem Grund super lustig, du Sack, nennt. Irgendwie war es sehr random, aber ich fand es auch hier wieder ziemlich lustig. Das glaube ich auf Englisch sagt er einfach Dude. Und auf Deutsch haben sie es übersetzt mit du Sack. Genau, und Bob geht weiter zu den alten Leuten, wo ja Quimby schon vorher war. Und die sagen ihm halt auch, was Quimby ihm versprochen hat. Und da sagt Tingle Tangle Bob, dass er nicht nur den Matlock Freeway bauen wird, sondern er wird sogar den ganzen restlichen Nachmittag die nicht enden wollenden Storys der alten Leute sich anhören. Und davon sind die natürlich begeistert und sind sofort überzeugt, ihn zu wählen. Und Crampa legt sofort los mit einer seiner berühmten Geschichten, wo er über das Radioprogramm redet seiner damaligen Zeit, wo die ganze Zeit einer einfach das Alphabet aufgesagt hat. Und dann erklärt er Tingle Tangle Bob ausführlich die Reihenfolge des Alphabets. Und Tingle Tangle Bob ist schon beim Buchstaben C genervt. Zurecht. Ja. Dann hast du eben mal einen Werbespot, so einen Fernsehspot, in dem Bob Quimby als Idioten darstellt, weil er Bob aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Und er will quasi stärkere Strafen oder einen stärkeren Strafvollzug und kreidet das Quimby an, dass er eben so weich war oder so nachgegeben hat und einfach Quimby Bob aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Und ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Werbung ist. Wahrscheinlich schon im Endeffekt. Aber ich liebe diesen Gag einfach, so damit Werbung zu machen. Er hat diesen zweifachen Mörder aus dem Knast rausgelassen und dann soll man einfach den wählen stattdessen. Ja. Ja, genau. Und all das führt dazu, dass die ganzen Tendenzen anscheinend zu Tingle Tangle Bob gehen. Und das spiegelt sich dann auch wieder in einer Debatte, die jetzt geführt wird, kennt man ja auch von irgendwelchen Bundeskanzlerkandidaten, die dann irgendwie debattieren. Das Ganze wird geleitet von Larry King, was glaube ich auch ein berühmter, also damals berühmter amerikanischer Late-Night-Host ist. Ich glaube, der ist vor kurzem gestorben. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich meine schon, ich bin mir aber auch nicht sicher, aber ja, auf jeden Fall Late-Night-Show-Moderator. Ja, der Moderator ist auf jeden Fall alles und es sieht schon mal im Vorhinein nicht gut aus für Quimby, denn der hat Grippe bekommen. Anscheinend von den alten Leuten auch, wo er anscheinend wieder war. Und deswegen gibt Bart ihm so Tabletten, die alles wieder besser machen sollen. Aber in Wirklichkeit machen sie ihn einfach nur sehr, sehr müde. Und deswegen kommt er da kränklich an, während Bob natürlich gut gekleidet und mit einem kaum manischen Lächeln da auftritt und natürlich einen besseren Eindruck macht. Ja, er bekommt aber auch leichtere Fragen halt von Barlow gestellt. Der irgendwie überall ist in dieser Folge, also der macht alles. Und Quimby fängt an zu schwitzen ohne Ende und streicht sich mit den Händen durchs Haar und hat dann wie zwei Hörner und wird im Fernsehsender mit so einem Flammenkreis eingeblendet um sich herum. Und ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Geht auch direkt weiter mit dem Wahltag. Selbst Homer und Krusty wählen, Bob. Und das ist ein ganz seltsames Wahlsystem, also es wird so ein Hebel runtergezogen für den, den man wählen will. Ja, auf jeden Fall interessant. Und genau, dann sehen wir den Raum, wo die ganzen Quimby-Anhänger stehen. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, warum der Raum so voll ist, weil wie wir sehen, wurde Bob mit 100% gewählt und Quimby mit einem Prozent. Wobei aber dazu gesagt wird, es gibt noch ein Prozent Fehlerquote. Also ich frage mich dann, wo die ganzen Fans herkommen in diesem Raum. Alles Heuchler. Ja, Bob hält dann vor einer riesengroßen digitalen Wand, glaube ich, in einer riesengroßen Halle, hält dann eine Rede, die einfach nur aus einem diabolischen Lachen besteht. Also er lacht einfach nur ganz krank. Ja. Ich glaube, die Szene ist auch so eine Anspielung auf Citizen Kane, mit diesem großen Plakat von sich selbst im Hintergrund. Okay. Habe ich auch gelesen, ja. Genau. Und, äh, aber im Fernsehen wird auch nur kommentiert, schaut euch an, wie fröhlich er ist. Ja. Und eines Morgens wackelt das gesamte Haus der Simpsons und Homer wird wach und denkt, das ist das jüngste Gericht und sie müssten schnell Bart loswerden, bevor Gott kommt, damit sie das Böse weghaben, dass alle ins Gefängnis kommen. Ach, ins Gefängnis. In den Himmel, in den Himmel, was zur Hölle. Das ist ein durchaus bedeutender Unterschied. Das ist ein geringer, aber doch vorhandener Unterschied. Ja, aber nee, es sind Bauarbeiten, die draußen stattfinden und Bob mit einem Helm, den sieht man auch sehr oft mit einem Bauhelm, habe ich das Gefühl. Dass er einen Damm bauen soll. Ja, der steht vorm Haus und klärt so auf, dass das Haus den Bau des neuen Metlock-Highways blockiert und dass es deswegen in 72 Stunden abgerissen wird. Genau. Oder die Luft gesprengt sogar. Ja, und Homer sagt ihm dann, dass er damit nicht durchkommt, dass seine Familie ihm niemals Unterstützung gewähren würde, aber wir sehen dann oben auf dem noch nicht mal fertigen Highway steht Grandpa zusammen mit Jasper in so einem superalten Auto und sie sagen Homer, er soll endlich das Haus aufgeben, weil sie wollen unbedingt ihren tollen Highway haben. Einfach nur wegen dem Namen. Das war wohl eine Amtshandlung von Bob als Bürgermeister. Eine andere sehen wir direkt im Anschluss. Bart wird zurück in den Kindergarten versetzt. Bin ich mir auch unsicher, ob das so rechtlich durchsetzbar ist einfach. Aber eigentlich war er relativ glücklich, weil er ist der cleverste und er darf sich zuerst Spielsachen aussuchen, um damit zu spielen. Ja. Ich verstehe auch nicht so ganz, was das Bob bringt, dass jetzt einfach Bart zurück im Kindergarten ist, aber vielleicht hätte das hinterher noch irgendwas bedeutet. Wer weiß. Wer weiß. Aber wir wissen ja alle, es wird wahrscheinlich nicht zu einer langen Amtsschaft von Bob kommen, denn Lisa hängt sich ihm natürlich, ist ihm auf der Fetiche. Ne, so sagt man das nicht. Egal. Auf jeden Fall ist sie sicher, dass Bob die Wahl betrogen hat und deswegen geht sie in das House of Records. Aber da geht es nicht um coole Rekorde, sondern es geht einfach um Aufzeichnungen von irgendwelchen historischen Ereignissen. Wie zum Beispiel der Wahl, wo bei jedem Bürger aufgeschrieben wurde, was er gewählt hat. Und das muss jetzt Lisa alles durchgucken. Was für Lisa wahrscheinlich ein spannender Nachmittag ist, aber auch sie wird davon relativ schnell gelangweilt und schläft ein. Ja, während sie schläft in diesem House of Records, legt ihr jemand mit Handschuhen einen Brief hin. Also man weiß jetzt auch noch nicht, wer da genau was von ihr will oder ihr sagen will. Aber da steht wohl drin, wann sie sich wo treffen, nämlich in einem Parkhaus, in dem Bart und Lisa sich absetzen lassen von Homer, der im Wagen wartet und eben diese Archie Comics liest. Und da auch wieder was über Riverdale sagt. Genau. Und dort wartet auch schon die düstere Gestalt und will ihnen ihre Informationen anbieten und raucht eine Zigarette, so mysteriös und verschleiert. Ihr Gesicht ist nur im Schatten, man sieht es nicht, man weiß nicht, wer es ist. Also man weiß eigentlich schon, wer es ist, wenn man die Stimme schon hört, aber dann kommt Homer angefahren, leuchtet mit den Scheinwerfern drauf und wir sehen, dass es Smithers ist. Und er grüßt ihn auch direkt, er hat ihn einfach direkt erkannt und ja, als Rache dafür muss er ihn jetzt heimfahren. Und auf dieser Heimfahrt erklärt Smithers, wie sie drauf kommen können, dass das alles nicht gut gelaufen ist. Und er erklärt auch, dass er jetzt eigentlich zum ersten Mal Mr. Burns in den Rücken fällt. Und er sagt, sie müssen nur den Namen Edgar Neubauer finden und dann wird sich alles klären. Ja, deswegen durchforsten sie die Telefonbücher, aber es gibt keinen Edgar Neubauer in Springfield, sie können ihn nicht finden, auch nicht in der Stadtbücherei oder in der Leihbücherei, wie sie zuerst genannt wurde. Da sieht man auch wieder diesen Fledermaus-Gag, der am Anfang schon mal eingebaut wurde. Leider sieht man nicht mehr die Frau mit dem großen Komposthaufen, da hätte ich gerne mehr drüber erfahren. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, dann wäre die Folge zu voll gewesen. Das stimmt. Als sie dann aber aus der Bücherei rauskommen, sind sie gegenüber vom Friedhof und Barth sieht mit seinen Adleraugen die Inschrift eines Grabsteins, auf dem Edgar Neubauer steht. Und da kommen sie halt darauf, als sie dann sich auch angucken, wer alles gewählt hat, dass dieser Edgar Neubauer gewählt hat, obwohl er schon lange verstorben ist. Und als sie dann weiter sich die ganzen Grabsteine angucken, sehen sie, dass das auf viele Namen zutrifft, dass also offensichtlich Tingle Tangle Bob sich auch die Stimmen von toten Leuten einfach zugeschrieben hat. Und zwar nicht nur von Leuten, sondern dann gehen sie auch auf den Haustierfriedhof und sogar da hat er auch den Namen drauf gesetzt, inklusive von Snowball 1. Und das ist natürlich, jetzt wird es langsam persönlich, weil wenn ihre tote Katze für Tingle Tangle Bob wählt, da muss was gegen gemacht werden. Ja, und sie haben noch nicht mehr so viel Zeit. Homer und Marge versuchen schon alles, um das Haus nicht abreißen zu lassen. Homer klemmt sich an eine Abrissbirne, damit sein Körper das abfedert, damit da nicht das Haus zerstört wird. Und ja, man sieht auch eigentlich nicht, wie es da weitergeht, sondern man sieht direkt, dass Bob vor Gericht muss und von Lionel Hatz gerade verhört wird. Sehr professionell, finde ich auch. Ja, wieder eine sehr schöne Lionel Hatz-Szene. Ja, er fragt ihn nämlich, ob er betrogen hat. Bob sagt klar, nein, er hat nicht betrogen. Und da weiß er nicht mehr weiter und fragt die Kinder, ob sie ihm helfen können. Ja. So ein guter Charakter. Ja, ist echt schade alles. Naja, jedenfalls hat aber Lisa tatsächlich einen Plan in der Hinterhand. Und zwar einen sehr raffinierten Plan, der natürlich auf Bobs Eitelkeit anspielt. Und zwar sagt sie, also behauptet sie einfach, was ja auch ein Stück weit stimmt, aber sie sagt dann einfach, er wäre eigentlich nur ein Strohmann. Und dass er eigentlich von Birch Barlow geleitet werden würde und dass der eigentlich hinter einem stecken würde. Und dass Tingle Tangle Bob ja gar nicht schlau genug wäre, um diese ganze Wahl selbst, also diesen Wahlbetrug durchzusetzen. Und das kann Bob natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und deswegen gesteht er eigentlich alles, was er aber erst später zu merken scheint. Und er gibt sogar dem Gericht und auch dem Richter seine Aufzeichnungen, wie er das alles geplant hat und wie er alles betrogen hat. Und ja, das ist eher schlecht für ihn. Ja, aber er ist halt trotzdem so eitel eben, dass er da auch quasi Akte rausgeschrieben hat aus seinem Plan. Also es gibt verschiedene Teile und alles in tollen Büchern drin. Er ist schon stolz, auf was er da gemacht hat. Er will dann aber auch direkt wieder ans Werk gehen, damit die Stadt nicht untergeht ohne Bürgermeister. Weil wenn eine Stadt keinen Bürgermeister hat, dann bricht das Chaos aus. Das weiß jeder. Ja, direkt. Direkt. Aber da fällt ihm auf, oh, da war ja noch was. Ja, und er wird wieder eingesperrt. Aber er hat ein Upgrade. Ja, er kommt nämlich jetzt in das Minimum Security Prison. Also wo auch das Tor offen ist und alles. Er könnte eigentlich direkt wieder raus. Aber das ist irgendwie ziemlich schön. Es ist eher so wie so ein Luxus-Resort. Und er wird auch direkt ins Ruderteam eingeladen. Und er wird auch eingeladen mit zu rudern direkt, denn sie gehen bald gegen Princeton. Und Tingle Tangle Bob hasst Princeton. Was, glaube ich, auch später nochmal angesprochen wird. Wo, glaube ich, Cecil auf Princeton war und er den ganzen Tag davon als Clownsschule redet. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, wie fandest du die Folge? Ich fand die Folge sehr gut. Es gab so viele gute Gags in dieser Folge. Ich finde allein diesen Werbespot von Tingle Tangle Bob, ich weiß nicht, da habe ich so oft schon drüber lachen müssen, wie gut ich das finde. Und insgesamt ist es halt wieder so eine Folge, wo eigentlich ein Gag nach dem nächsten kommt. Es sind so viele gute drin. Und dann ist auch noch Tingle Tangle Bob drin. Also perfekt. Was will man mehr? Kann man wenig mehr verlangen. Es war wirklich eine sehr gute Folge. Bisschen weniger Grimby, bisschen mehr andere, bisschen mehr Hatz. Das wäre noch top. Das wäre echt gut gewesen. Aber was mir vorhin mal aufgefallen ist, Bob ist wirklich der einzige Charakter, außer vielleicht Flanders, der sich verändert, also der eine Story bekommt, die aufeinander aufbaut. Stimmt schon. Flanders halt mit seinen Frauen halt, weil die ja ein bisschen wieder zu, wieder angesprochen werden teilweise. Aber ansonsten wirklich nur, wenn jemand stirbt, dass da eine Änderung stattfindet. Aber ansonsten ist es wirklich nur Bob, der eine aufbauende Geschichte hat, oder? Ja, sonst echt selten. Die auch immer wieder so rezitiert wird halt. In jeder Folge, in der Bob auftaucht, wird ja nochmal so gesagt, was genau war. Ja. Später bekommt er noch Frau und Kind und Eltern. Ja. Und sein Bruder kommt ja auch erst später. Also der hat ja wirklich eine Story, die sich richtig aufbaut. Das stimmt. Immer ergänzt wird. Insgesamt halt dieses immer, weil das bei anderen Charakteren alles immer zurückgesetzt wird. Das fand ich auch, das war auch ein Schlüsselerlebnis bei mir in meiner Simpsons-Historie. Als ich zum ersten Mal die Folge gesehen habe, wo Selma das Kind adoptiert aus China. Ah. Wo dann am Ende von der Folge das nicht wieder resettet wurde, wo sie dann das Kind einfach hatte. Und ich habe so die ganze Zeit so gedacht, hä Moment, das muss doch jetzt noch aufgelöst werden, dass sie das Kind jetzt doch nicht hat am Ende. Habe ich die ganze Folge übergedacht und dann war die Folge plötzlich vorbei und ich dachte mir so, was? Hat sich gerade was verändert? Ja. Ja, wenn manche sterben ja auch. Also beim Mord ist es ja auch extrem. Ja. Oder dann, dass er halt dann mit Edna Krababbel zusammen ist oder zwischendrin diese Kirschgängerin, die wird ja auch ein paar Mal nochmal aufgegriffen. Oder die aus Las Vegas, die nochmal auftauchen. Ja, stimmt. Also so Kleinigkeiten sind ja schon, die nicht resettet werden, die man wissen muss oder die passieren. Aber ja, weiß nicht, bei Bob ist es mir jetzt echt extrem aufgefallen. Aber bei Selma stimmt auch. Die bekommt noch einen Leguan. Ja. Ja. Den erbt sie von irgendwem. Ja, ich glaube von ihrem Vater, oder? Nee. Nee. Von irgendeiner Tante. Das ist auch schon ziemlich früh. Das ist auch schon in Staffel 2 oder 3 oder so. Ach, okay. Der kommt auch nicht so oft vor. Nur ab und zu mal. Nee, okay, krass. Ich dachte, das wäre später. Ja, beim Kind ist es halt. Ja, klar. Wobei das halt auch nie die tragende Rolle übernimmt. Mir fällt jetzt auch nur noch eine Szene ein, wo das hinterher noch vorkommt. Mir fällt gar keine an, glaube ich. Außer, wo man es vielleicht mal auf dem Arm sieht oder so. Aber nee, sonst echt nicht. Komisch. Ja. Nee, tolle Folge. Danke, Fritz, für den Wunsch. Ja, vielen Dank. Und falls du noch irgendwas zu erzählen hast, gerne her damit. Wenn nicht, würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Ja, ich würde auch sagen, bis nächstes Jahr. Und ciao. Ciao.